hey ho Leute was geht hier ist euer so nicht als gaming natürlich höre ich mich dumpf an weil ich jetzt zu faul bin setzt einen zu stecken und zwar eine kurze information der live stream wird demnächst kommen also übermorgen am freitag ab sagen wir mal grob gesagt das video wird hier ab 6 uhr ok ab 6 uhr morgens wird es hochgeladen oder veröffentlicht und wird dann so sagen am freitag 19 uhr geht es natürlich los natürlich habe ich einen gast dabei das ist keiner aus dem clan sondern einer an youtuber und sehr korrekter und ja natürlich werden wir zusammen live streamen natürlich erste natürlich xbox spieler also wir tun trotzdem miteinander schwätze ich könnte auch ihn dann hören und natürlich auch ein paar fragen oder sowas machen und ich würde sagen wir sehen uns am freitag ab 19 uhr live streamen natürlich auf dem teams weg wie gesagt wir sehen uns bis zum nächsten mal euer sohn ist halt gaming am freitag geht's los tschüss tschüss